Guten Abend und noch einmal willkommen bei MDR aktuell, der Tag in Mitteldeutschland. Er brachte eine Nachricht, die aufmerken lässt. Da hat der sächsische Landesverfassungsschutz Daten gesammelt. Das waren sie für heute, der Tag und seine Themen. Die Wetteraussichten gibt es jetzt noch von Michaela Korsak und den Dank fürs Zuschauen, wie immer von allen hier bei MDR aktuell. Schönen Abend noch.